Der universelle Teleskop Mehrzweckwagen ist ideal im Karosseriebereich, im Lackierbereich oder auch bei der Windschutzscheibenmontage. Zusammengefahren ist er gerade mal knapp 28 cm breit, lässt sich aber auf eine Breite von 1,38 m ausfahren. Auch in der Höhe lässt er sich einstellen, dass auch ganz einfach stufenlos von 84 bis 132 cm. Das auf beiden Seiten, so dass ich immer die richtige Höhe habe und mich an mein Bauteil anpassen kann. Nach Erfolg der Justierung lassen sich alle Einstellungen mittels der Handräder festziehen und somit steht der Wagen dann auch sicher. Die vier großen Rollen sind jeweils mit einer Bremse ausgestattet. Somit lässt sich der Wagen auch sicher abstellen bzw. über die großen Rollen sicher durch die Werkstatt fahren. Des Weiteren ist der Wagen insgesamt mit 100 kg belastbar. ... ... ... Vielen Dank.